Kunden zu verstehen und deren Wünsche mit höchster Qualität zu erfüllen, ist die Berufung des renommierten Friseur- und Kosmetiksalons Ratgeber Stengel in Leipzig. Ein geschmackvolles Ambiente lädt ein in den exklusiven Kosmetik- und Wellnessbereich des Salons, in dem die einzigartige Mesotherapie für ein strahlendes Hautbild sorgt. Kathrin Ratgeber Stengel erläutert als erfahrene Mesotherapeutin die Wirkungsweise dieser modernen Anwendung. Also die moderne Anwendung ist, dass wir eine sehr intensive Hautanalyse durchführen und dann die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten abwägen. Wir arbeiten sehr viel mit Strom, wir arbeiten mit Radiowellen und erzielen hervorragende Ergebnisse, ohne mit Skybell arbeiten zu müssen oder schneiden zu müssen. Ohne Spritzen und wir erhalten auch keine maskenhaften Gesichter, wir erhalten eine schöne, frische, glatte Haut. Bei normaler Behandlung nimmt die Haut verhältnismäßig wenig Wirkstoff auf, denn nur feinmolekulare Stoffe gelangen bis in die Tiefe. Mesowirkstoffe sind mikrofein und bewirken eine extreme Tiefenwirkung durch eine synergetische Elektroporotation. So können die Mesowirkstoffe die Haut viel sanfter durchdringen. Große Mengen dieser Mesowirkstoffe gelangen in tiefere Hautschichten, wo sie ihre effiziente Regenerationsarbeit leisten. 2002 erhielten die Entdecker des Purotationsweges den Nobelpreis. Heute gilt die Mesotherapie als Premiumbehandlung gegen Falten und Altersflecke. Die Haut wird unterfüttert und purotiert, die Mesoflüssigkeit wird mit Strom eingearbeitet. Man spürt im Einzelfall ein ganz leichtes Kribbeln, aber es ist nicht unangenehm. Im Gegenteil, es ist sehr entspannend und erholend. Wenn die Haut genügend Feuchtigkeit hat, dann haben Falten keine Chance zum Leben. Das ist eigentlich das Grundrezept. Mit Hilfe fotooptischer Computerunterstützung lässt sich zudem der optimale Feuchtigkeitsgehalt der Haut sehr anschaulich animieren und analysieren. Man sollte sehr viel trinken und man kann die Feuchtigkeitsspender der Haut gut auffüllen. Die Mesokur funktioniert auch nur im Zusammenhang mit feinmolekularer Kosmetik, dass wir wirklich in die Haut eindringen können. Ich arbeite jetzt seit vier Jahren mit der Mesotherapie. Wir arbeiten mit sehr, sehr großem Erfolg. Die Kuren funktionieren immer. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange und wie viel Behandlung man braucht. Man kann auch zur Behandlung gehen und im Anschluss seinen ganz normalen Alltag fortsetzen. Man hat keine Rötungen oder sonstiges im Gesicht. Neben der erstklassigen Beratung im Kosmetik- und Wellnessbereich findet man bei Ratgeber Stengel natürlich auch die optimale Traumfrisur. Dank einer computergestützten, gestalterischen Beratung wird die Form der Frisur individuell an den Kunden angepasst. Das ganzheitliche Beauty- und Wellnesserlebnis schließt auch ein entspanntes Verweilen an der Farbbar ein. Hier werden die gewählten Farben direkt angemischt und zelebriert. Eine perfekte Maniküre und Pediküre auf höchstem Niveau verleihen der Behandlung von Kopf bis Fuß den letzten Schliff. Im Hallenser Stadtcenter Rolltreppe ist Ratgeber Beauty und Lifestyle der Inbegriff für Schönheit und Entspannung. Dort setzt man Traumfrisuren mithilfe moderner Typberatung inklusive Farbwahl sowie Strähnenexpress und Pflegeservice um. Ratgeber Beauty und Lifestyle versprüht eine charmante Atmosphäre, in der sich Schönheit bei einzigartigen Kosmetik- und Wellnessbehandlungen voll entfalten kann. Außerhalb der saloneigenen Produkte bietet Ratgeber Beauty und Lifestyle auch exklusive Marken an, wie Kerastase, Inoa von L'Oreal, Redken, Alterna, Shu Uemura sowie Biocom oder Talgo und sorgt damit für ihr ganzheitliches Wohlergehen.